Naja, es ist halb so wild, wir schaffen das schon. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen. So, was haben wir da? Schwobel, Schwobel. Wow, das war wieder mal sehr knapp. So, hoch da. Ich könnte natürlich jetzt jedes Mal das Rondell machen. Mach ich aber nicht, weil das dauert mir zu lange. So, einmal, zweimal. Ja, so funktioniert es. Da könnten wir wieder runter. Bringt nur nichts. So, bisschen, wow. Boah, das Klettern, das ist echt so, das bringt auch nichts. Das Klettern ist halt echt so schnell. Ja, das ist das Problem. Viel zu schnell für mich. Oh, N, das ist ja schön. Wir haben das O nicht. Keine Ahnung, wo ich das O vergessen habe. So, wir könnten natürlich wieder durch die Mitte. Wir sausen auch durch die Mitte, weil wir gut sind. Oh, wir hätten da einen Donkey-Fascott. Der Vogel, was für eine Freude. Schauen wir mal, ob wir ihn diesmal bis zum Ende schaffen. Oh, was? Das wollte ich gar nicht. Oder, wollte ich das? Ja, gut, ich sag mal so, als würde ich das wollen. Ja. So. Juhu, 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 wir holen uns mit dem Vogel tolle Sachen. Ja. Und Pfeil nach unten. Juhu. Gut, wir haben dadurch, glaube ich, ein bisschen was sogar gewonnen. Ach, ein Bonus-Fass kommt da raus. Ach, das war ein Glücksvogel. Das ist ja schön. Schnapp dir 15 Bananen. Eieiei, das könnte gefährlich werden. Genau. Was war das jetzt bitte? Super, Kiddie. Das hast du ganz gut hinbekommen. Wow. Also da bin ich jetzt richtig stolz auf die Leistung. So, ich möchte da... Barriere. Oder Karriere? Ach, hey. Oh, oh. Oh. Was ist denn das? Moment. So, einmal den weggeditscht. Das war doof. Das war auch doof. Ich kann's nicht. Ich bin blöd. Ja, ich bin echt doof. Okay, gut. Komm. Sorry, machen wir gleich nochmal. Mein Lebensmäßig sieht's ja noch gut aus, ja. So. Toll, was kann ich eigentlich? Nein, nicht antworten. Ich weiß es. So. Ach, ich ditch denn sogar. Warum mach ich das immer? Oh, ich bin so schlecht. Ähm, ja, okay. Gut, komm. Wahrscheinlich werden die dann richtig schnell. So. Einmal. Warum? Was mach ich? Ach, ich muss da auch noch zum, den richtigen Ditch-Punkt erwischen, oder wie? Ach, jetzt muss ich ihn. Oh, wabbel, 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 wabbel. Wabbel. Das war ja süß. Äh, was? Ach, ey. Was ist das? Okay, das ist was, was ich nicht abwehren kann. Na gut. Puh, ja, gut. Der könnte ein bisschen schwieriger werden, der Gegner. Und ich hab nicht gespeichert. Ich muss also aufpassen, ja. Wabbel, wabbel. 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 Das war zu spät. Wabbel. So. Okay. Gut. Er schwobelt schon. Wabbel, 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 wabbel. Das ist so lustig. Wabbel, 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 wabbel. So. Gut. Jetzt haben wir hier die, die, die Raketen. Oh nein. Die Raketen. Oh oh. Wow. Alter, was, was ist, was ist, warum, warum werden die dann gelb? Ich hab keine Ahnung, was, ach so, gelb bedeutet, die fliegen dann irgendwo weg. Okay. Gut. Gut, ich muss wahrscheinlich mit, mit den gelben, muss ich den da wahrscheinlich dann abschießen, oder? Okay. Ja. Komm, 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 komm. Ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Na, komm her. Na toll. So nicht. Okay, gut. Ich, ich hab's aber gecheckt. Ja. Ich bin nur schlecht. Ich hab's gecheckt. Ich bin nur schlecht. So. Also zuerst mit seinen eigenen Schwobelwaffen schlagen. Plupp, plupp. Plupp, plupp. Plupp, plupp. Toll, ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ja, ich bin vom Timing her schon. Fies. So. Plack. Genau. Weißt du was? Feuer. So. Richtig arg Schaden gemacht. Ja, mit Turbo-Schwobelangriff. Schwobel. So, gut. Komm her. Na, das kannst du schon so. So, passt. Zack. Und, ach komm, das eine Ding hättest du jetzt schon treffen können, oder? So, gut. Ja, triffst, triffst. Ach, komm. Gut. Eines haben wir. Ne, das war falsch. In die Richtung war falsch. So, komm her. Hui. Zielrakete. Ja, komm, du triffst. Wunderbar. Toll. Boah. Verdammt. Heieiei. Ja, der Gegner, das könnte mein Nemesis werden. Ja, wahrscheinlich nicht. Komm. Jetzt schaffen wir ihn. So. Warum? Was mache ich? Manchmal bin ich echt... Ich verstehe es manchmal nicht. Ich bin manchmal echt zu schlecht. Und weiter nach unten. So, Zielsuchtraketen aktiviert. Ja, komm, ist egal. Schieß nach oben. So, komm. Zielsuchtrakete aktiviert. So. Plopp. Ah, die hätte schon treffen können eigentlich. Ja, eine hat getroffen. Sehr schön. Ja, nicht da noch. Ernsthaft, da oben? Das habe ich so nicht gemeint, ne? So. Komm da, da rein. Ja, ja, ja. Triff, triff. Ja, wunderbar. So, die eine jetzt kurz ablenken. So, passt. Komm, Donkey, fast wär's. Hatten wir doch manchmal schon bei Boss. Ah, ja. Was? Ach, komm. Du fieses Teil. Das eine Mal hätte ich euch treffen müssen. Na, gut, komm. Wir schaffen das. So. Zack. Zack. Sehr schön. So. Wobbel, 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 wobbel. So. Stufe 2. Zielsuchende Rakete. In Form von Muscheln. Oh, cool. Wir haben sogar die erste schon getroffen. Sehr schön. So. Die zweite werden wir wahrscheinlich nicht treffen. Ah, wohl. Doch. So, passt. Sehr schön. Kann ja, es kann ja so schnell gehen. Na ja, wie wunderbar. Wow. So. Gut, haben wir getroffen. Passt. Was macht er? Ach, hey. Ach, hey. Nein. Boah, das ist so unregelmäßig, was der da macht. Das ist echt so unregelmäßig. Das ist, das ist, ja, gut, egal. Aber wir waren gut. Vielleicht muss ich da dann dreimal treffen oder irgend sowas da unten dann. Ja. Na toll. Timing voll versaut. So, das eine Ding hätten wir. Das zweite Ding haben wir auch. So, gut. Nein. Stopp, stopp. In guard. Dreh nicht, dreh nicht durch. So. Ziel suchen die Raketen. Wenn man's, wenn man's weiß, wie's geht, ist es ja gar nicht mal so schwierig, ja. So, sehr schön. Getroffen sogar. Na, das ist eher nicht so. Das war ein bisschen zu weit oben. So, komm. Hui. Ja, ja, genau. Sehr gut. Toll, das war richtig doof wieder mal. Aber ist ja nix Neues. So. Und Feuer. Oben. So, gut. Wabbel, wabbel, wabbel. Feuer. Oben Feuer. Oben Feuer. Oben. Unten Feuer. Ähm. Nein, verdammt, war ich wieder zu langsam. Okay. Also, das Muster ist echt komisch. Das ist irgendwie so random, ja. Wahrscheinlich ist es nicht random. Ich jammere nur wieder auf hohem Niveau. Ja, ihr kennt mich ja. So. Oh, schön. So. Zack. Blub, 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 blub. So, und runter. Zielsuchende Raketen. Blub, 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 blub. So, komm. Schieß hier. Nein, das war doof. Gut, haben wir sogar trotzdem getroffen. Alles nicht so tragisch. So, hier. Nein, das war doof. Die Runde war zu groß. So, und da runter. Hier, hier. Ja, das war auch doof. So, kurz einmal hier die Muschelrunde machen. Ja, wunderbar. Nein. Warum? Ach Gott, warum? Was war da jetzt wieder los? Fragt nicht. Ich bin einfach schlecht. Ich weiß. Danke. So, genau. Ganz schnell nach unten. Oh, Flop. Schuss. Was? Ach, ernsthaft? Ach, Leute. Nö. Jetzt reicht's dann wirklich. Eieiei. So, sieben leben noch. So, gut. Okay, und der Schwobelton. Wab, 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 wab. So. Wui. Ja, das war jetzt nicht so toll. Zielsuchende Raketen for the win, win. Das war jetzt auch nicht so toll. Ja, ja, gut. Einmal getroffen. Sehr schön. Das war nicht so toll. D-d-d-d-d-d. Action-Mucke beim Boss. Action-Mucke beim Boss. Action-Mucke beim Boss. Yeah. Action-Mucke beim Boss. Action-Mucke beim Boss. Ja, wunderbar. Ach komm, hat der wieder so schnell geschwoppelt? Ich muss da echt abwarten, bis der den... Komm, ich geh jetzt mal auf die andere Seite. So, einmal geschossen. Oben geschossen. Unten geschossen. Oben geschossen. So, einmal geschwobelt, okay. Unten geschossen. Oben geschossen. Unten geschossen. Oben geschossen. Was? Ach komm, ja, das ist so random. Es tut mir furchtbar leid. Das ist echt so doof, random, wann der schießt. Ich check's einfach nicht. Oder es ist... Nee, es ist wirklich doof. Random. So. Auf ein neues. Zack. Toll. Ein Ding haben wir getroffen. So, das zweite haben wir auch getroffen. Jetzt ist wahrscheinlich dann so, dass ich nicht mal die erste Stufe schaffe, ohne Leben zu verlieren. So, die zweite Stufe mit den zielsuchenden Raketen. Tönen. Ja, toll. Ja, es könnte gut passen. Passt. Passt gut so. So, runter, 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 runter. Nein, das war zu langsam. Hei, 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 hei. So, hier. Das war jetzt wahrscheinlich vom Winkel her wieder nicht so toll. Ja, ist klar. So. Und? Nee, toll, natürlich nicht. Was war denn das jetzt bitte wieder? Gott. Ja, so wird das natürlich nie was. Ja, toll. So. Was? Ich hab keine Ahnung. Gut, ich... Ich werd schon langsam einfach schlecht, ja. Und jetzt hab ich grad vorher noch gesagt, ach komm, die Bosse hier bei Donkey Kong Country 3 sind halt überhaupt nicht schwierig im Vergleich zum Vorgänger. So, passt. So. Die, 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 die. Ich freu mich ja schon auf, auf, ähm, King Kong Road. Das wird wieder ein Spaß. Seh ich schon kommen. So. Komm, treff, treff. Natürlich treffst du nicht. Du sch... Tolle Rakete. So, komm, die müsst ihr jetzt eigentlich treffen. Ja, die trifft. Wunderbar. So. Komm, die müsst ihr auch treffen. Nee, die trifft natürlich nicht. Die ist irgendwo hingeflogen. Nein, 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 nein. So, komm, du triffst. Vielleicht triffst du ja. Nö, hab nicht getroffen, okay. Was? Ach, verdammte Scheiße, Alter. Nö, ich nicht fluchen, nicht fluchen. Tut mir leid, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ja, so wird das nix. Ich muss ehrlich gesagt einfach bis zur zweiten Phase kommen, mit allen Leben. Dann wär's kein Thema. So, die Rakete kurz ablenken lassen. So, genau. So, passt. Also bis zur dritten Phase, ohne, ohne ein Leben zu verlieren. Aber irgendwie, irgendwie schaffe ich das nicht, aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe. So, ne? Einmal geschossen. Zweimal geschossen. Dreimal geschossen. Viermal geschossen. So, gut. Einmal geschossen. Zweimal geschossen. Dreimal geschossen. Viermal geschossen. Fünfmal geschossen. Okay, toll. Ich bin Trottel. Okay. Beim zweiten Mal schießt er fünfmal. Ist okay. Merken wir uns. Viermal geschossen und fünffmal geschossen. Ja, haben wir wieder eine Folge voll. Das freut mich natürlich sehr. So. Zack. Was ist jetzt los? Das heißt noch nix. Komm, das heißt noch nix. D, 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 d. Ich wäre auch niemals ein guter Speedrunner. Einfach aus dem Grund, weil ich ja immer, auch wenn ich Dinge hundertmal mache, ich schaffe es ja nicht konsistent, dass ich da gut werde drin. Ja, das ist mein Problem. Ihr merkt es hier. Ja, ich mache den Boss zehnmal und werde irgendwie schlechter statt besser. So, komm, 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 komm. Bei mir ist das echt immer eher Glück, dass ich hier was reiße. So, hat er. Genau, eine Rakete hat er geschossen. So. So, gut. Einmal jetzt viermal geschossen. Eins, zwei, drei, vier. So, einmal den da. Jetzt schießt er fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, abwarten. Jetzt wird er wahrscheinlich sechsmal schießen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Zack. Und? Schießt er jetzt siebenmal, oder was? Nö, er ist tot. Das ist ja schön. Gott sei Dank. Boah, ich dachte mir schon, ich schaffe den Boss jetzt gar nicht mehr. Das wäre jetzt schlimm gewesen. Und strudel, oh nein. Blubblubblubblubblub. Flopf. Katschink. Schön, wie wir da immer wieder zum Anfang zurückkommen. So. Oh. Ach, da oben. Da ist ein Schloss. Jetzt sehe ich das erst. Da ist ein Schloss. Gipfelgrad. Wo bin ich denn? Hä? Wo bin ich denn? Ach so. Ach, oh, ach, da. Oh, oh. Ach, jetzt check ich das. Okay, ich, ich, jetzt, jetzt bin ich, okay. Komm, egal. Brumm, 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 brumm. Ähm, brumm, 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 brumm. Ich möchte da nach oben Aber ich muss zuerst kurz speichern fahren Aber jetzt ist echt die Frage Was ich hier jetzt mit meinen Trotzdem mit meinen Kong-Münzen Nicht mit den Kong-Münzen Dürfte ich da ganz kurz raus Speicherhöhle Hey, wie gefällt dir meine neue Frisur, Dixie? Ich habe eine Bananenspülung probiert Ja, bitte speichern, danke So, okay Gut, wir brauchen noch drei Drei Items fehlen uns noch Wie bitte, du willst die verlorene Welt sehen? In welchem Programm läuft denn das, Dixie? Ja, keine Ahnung Programm, weiß ich nicht So, gut, wir versuchen mal da hoch zum Schloss Ja Ich weiß ja gar nicht, was die Story hier ist Ich gehe nur mal Chaos Okay